Hier möchte ich euch zeigen, wie ihr diesen Rhythm-Mod ganz einfach öffnen könnt. Er zielt 14 Kills während Wandlauf oder Wandhalten, ohne den Boden zu berühren. Wir benötigen dafür einen Octavia oder eine Octavia Prime. Das ist die aktuelle Modung, die ich habe. Ich habe sie nur auf Rang 30 hochgespielt und einfach alles reingepackt. Wir benötigen gleich dann Schläger, die erste Fähigkeit, dann Resonator, die zweite Fähigkeit und die dritte Fähigkeit. Als nächstes wählt ihr eine Überlebensmission aus. Ich bin jetzt hier auf Merkur, werde diese Mission hier nehmen mit Befallenen. Denkt daran noch, dass ihr auf Solo umstellt. In der Mission angekommen, casten wir dann unsere dritte Fähigkeit im Rhythmus, sodass wir unsichtbar werden. Dann casten wir noch unsere erste, die zweite Fähigkeit und ihr sucht euch so einen Raum wie dieser hier und springt einfach an die Wand. Und versucht jetzt immer hier gegen irgendwas zu springen. Ihr seht schon unten, drei haben wir jetzt. Einfach dann die ganze Zeit hier weiter gegen irgendwas springen, nach oben. 8, 9, 10, 11, 12, 13 und wir haben es schon erledigt. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Tschüss.